Warm an den Kundentisch, wie Sie elegant Kontakte und Kunden gewinnen, indem Sie empfehlenswert werden. Zuerst soll es darum gehen, wie Sie Live-Netzwerken 2.0 zu Ihrem neuen Kundenlieferanten machen können. Gezeigt wird Ihnen das von Domenico Arnitsch. Er ist Unternehmer, Verkäufer, Trainer, Netzwerker und Insights-MDI-Trainer. 5000 Trainingsteilnehmer bei Netzwerker und Verkaufstrainings waren bei ihm schon zu Gast und er hat über 10.000 Verkaufsgespräche in seiner Karriere geführt. Er war Netzwerker des Jahres 2011. Der zweite im Bunde, Jürgen Zierbik, Trainer, Netzwerker, Coach und Autor. Seit 25 Jahren in der Verkaufs- und Netzwerkerpraxis unterwegs. 5000 Trainings- und Coachingstunden stehen bei ihm zu Buche. Auch er war Netzwerker des Jahres im Jahr 2009 und ist Mitentwickler des Inhouse Networking. Es geht um die Erfolgsstrategien, die Domenico Arnitsch und Jürgen Zierbik in den letzten Monaten entwickelt haben. Punkt 1. Das Fundament Es geht um die Frage, was Sie besonders empfehlenswert macht und was ist das Besondere an Ihnen und wie können Sie das beweisen. Dazu führen wir Sie hin in einzelnen Schritten in unserem Videokurs. Zweitens das Naturprinzip. Es geht hier um den Reziprozitätskreislauf im Live-Netzwerk, wie Sie den dort optimal nutzen und für Ihren Erfolg einsetzen. Im Kern sind das die Themen strategische Gratis- und Vorzugsgaben, wie Sie das genau aufsetzen und wie Sie das Optimale daraus holen. Neu ist die sogenannte Empfehlungsinitiative. Hier nehmen wir einen Perspektivwechsel vor, wie wir das häufig tun. Es ist der clevere Weg zu mehr Empfehlungen und zu Kunden, denn Sie beginnen zu empfehlen, Sie bieten an zu empfehlen und nicht umgekehrt. Und Sie werden sehen, das schraubt Ihre Empfehlungen, die Sie zurückbekommen, in ungeahnte Höhen. Es geht also um neue Wege zu neuen Kunden. Das kann gelingen mit Netzwerken 2.0. Und es gibt zwei weitere Punkte, die Ihnen helfen, dieses Ergebnis zu erreichen, nämlich die Netzwerkerstrategie und das Thema Web und Welt clever verknüpfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter